Ich hatte so einen Tunnelblick. Also ich habe Gott für alles verantwortlich gemacht, was schiefgelaufen ist. Warum der Zerbruch mit meiner Familie? Warum diese Arbeitslosigkeit? Womit habe ich das verdient? Bin ich so ein schlechter Mensch in deinem Augen? Dass ich durch die Hölle gehen muss? So hat sich das für mich angefühlt. Aber heute kann ich wirklich sagen, dass Gott es zu meinem Besseren getan hat. Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Unser heutiger Gast hat es in seiner Jugend krachen lassen. Partys, Mädchen, Alkohol. Richtig zufrieden gemacht hat ihn das aber nicht. Und irgendwann kamen die großen Fragen. Wer bin ich? Wo soll es hingehen? Wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Seine Religion, der Islam, hat ihm da zunächst keine Antworten gegeben. Und es gab den ein oder anderen Konflikt. Eine Reise begann, eine Lebensreise. Und von dieser Reise wird er uns heute erzählen. Ich freue mich, dass er bei uns ist. Serkan, herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Beschreib das mal, wie das war damals, als du, du bist ja immer noch jung, aber jünger warst. Ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Aber es war halt für mich immer so, ich habe es nie so wirklich eng genommen. Jetzt mit der Religion. Mit der Religion, genau. Es war, ja, wie soll ich sagen. Ich wusste schon, was die Pflichten des Islams auch sind. Es gibt die fünf Säulen des Islams, wonach jeder Muslim sich auch richten muss, also sie auch einhalten sollte. Oder besser gesagt, auch wo so verankert ist, wo man auch danach leben muss, um auch ein gerechtes Leben als Muslim zu leben. Und bei mir war es halt so, ich konnte es nicht so wirklich mit meinem Verstand, mit meinem Lebensstil vereinbaren. Weil ich schon jemand bin oder immer gewesen bin, der so einen Freiheitsgedanken immer gehabt hat. Ich meine, du bist in einer sehr, wie soll ich sagen, vielfältigen Gesellschaft aufgewachsen, multikulturell. Und man ist halt gerne mit Freunden ausgegangen. Klar, die Wochenendenpartys und Alkoholfrauen. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht gibt mir das irgendwo Selbstbewusstsein und Stärke. Und dadurch habe ich schon meinen Glauben nicht so gelebt, bin ich auch ganz offen und ehrlich, da mache ich gar kein Hehl draus. Mein Glauben nicht so gelebt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Das sind denn genau die Pflichten eines Moslems? Also die Pflichten eines Moslems sind die fünf Säulen des Islams. Das ist zum einen das Glaubensbekenntnis. Das heißt, dass Mohammed der Gesandte Allah ist, der Prophet, die Armsteuer, die jeder Muslim auch tätigen muss. Jedes Jahr an Ramadan zu fasten, dann fünfmal am Tag zu beten und die Pilgerfahrt nach Mekka. Sofern es auch die finanziellen Mittel es zulassen. Und für mich persönlich war das halt eher fern. Also ich wusste, das hat schon in meinem Kopf gearbeitet. Aber ich bin so aufgewachsen, dass es mit meinem Lebensstil irgendwie nicht so zu vereinbaren war. Also wirklich sich komplett darauf einzulassen, auf die islamischen Rituale. Aber dafür dann auf sein Leben, also so wie man das Leben kennengelernt hat. Also mit Wochenenden auch mal mit Freunden sich verabreden, feiern gehen, Spaß am Leben haben. Es ist praktisch kollidiert. Und das war für mich irgendwie problematisch. Das beides in einen Hut zu kriegen, weil ich dachte so, wenn ich jetzt wirklich so lebe, wie es als Moslem sein sollte, aber dann noch feiern gehe und mit anderen Frauen mich verabrede und das richtig krachen lasse, dann ist das nicht wahrhaftig praktisch. Und ich habe halt dann eher so nach dem Motto gelebt, ich lebe erst mal mein Leben, so wie es auch viele andere Muslime so in meinem Alter auch tun und auch getan haben. Also so war mein früheres Leben. Und Glaube kommt später. Glauben kommt später. Irgendwann. Die Frömmigkeit praktisch. Ja, die Frömmigkeit. Wenn ich mich vielleicht auf die Hörner abgestoßen habe und wenn es dann alles ein bisschen ruhiger wird im Leben. Kennen ja vielleicht Christen auch diese Einstellung und diese Diskrepanz, dass das eigene Leben vielleicht mit dem gar nicht übereinstimmt, was die eigene Religion vielleicht auch so sagt. Bei dir hat es einen Wendepunkt gegeben, du hast deine Frau kennengelernt. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Begegnung in deinem Leben. Magst du uns davon erzählen? Ja, sehr gerne. Ja, ich habe dann die Frau meines Lebens kennengelernt und ich habe gemerkt einfach, wie viel Ruhe und Gelassenheit sie auch in sich trägt. Und wir kamen auch relativ schnell so ins Gespräch, wo sie auch von ihrer Hoffnung, von ihrem Glauben erzählt hat und von ihrem Gottvertrauen. Und sie hat halt von ihrem christlichen Glauben erzählt, dass sie an Jesus Christus glaubt und aus einem christlichen Elternhaus kommt. Und ich habe von meinem muslimischen Glauben erzählt. Und so kam man dann auch ins Gespräch. Und ich wollte halt mehr wissen. Ich war neugierig. Ich wollte wissen, wer ist Jesus Christus für dich? In meinem Glauben ist es eher so, dass er als Prophet gesehen wird, als ein Diener Gottes, so wie Mose und Abraham. Und als sie dann aber gesagt hat, dass Jesus für sie mehr ist als nur ein Prophet, dass sie ihn als Gottes Sohn sieht, der sein Leben für alle Menschen gegeben hat, für ihre Sünden, damit jeder, der an ihn glaubt, auch gerettet wird. Das war dann für mich etwas, wo Herzklopfen entstanden ist. Also wirklich so Herzklopfen, wo ich so dachte, wow, das ist schon ziemlich krass irgendwie, dass jemand bereit ist, freiwillig sein Leben zu geben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Das hat dich sofort irgendwie angesprochen und das hat was in dir ausgelöst, diese Botschaft, ja. Genau. Und das kann man irgendwie nicht so wirklich so in Worten fassen. Das muss man dann wirklich erleben. Und da ist schon die Neugierde bei mir gewachsen. Das finde ich jetzt total spannend, weil bei vielen Christen ist es so, dass die diese Botschaft hören und die löst gar nichts mehr in ihnen aus, weil sie es vielleicht schon so oft gehört haben oder das Kreuz auch so allgegenwärtig ist. Aber bei dir hat es direkt ins Herz gesprochen. Ja, es hat absolut in mein Herz gesprochen. Ja, und da kamen halt Fragen bei mir auf. Und es hat halt so angefangen, dass ich dann die Bibel eines Tages gelesen habe in der Wohnung meiner Freundin, meine heutige Frau. Die Katja, ein besonders wunderbarer Mensch auch und mit einem sehr, sehr großen Herzen. Sie war so der auch der Wendepunkt, auch die das Samenkorn gelegt hat praktisch. Und Gott hat es zum Blühen erbracht in meinem Leben. Ich war immer so, ja, auf der Suche nach meiner wahren Identität und nach dem Sinn des Lebens. Ich dachte halt früher in meinem muslimischen Dasein, gut, der Sinn des Lebens für mich besteht mehr darin, guten Abschluss hinzulegen, eine gute Ausbildung zu machen, später mal ein gutes Leben zu haben und dennoch ein rechtschaffenes Leben als Muslim zu führen. Die fünf Säulen, ne? Die fünf Säulen des Islams auch einzuhalten. Und nicht nur ein beiläufiges muslimisches Dasein zu leben. Ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen auch so ergeht. Nun gibt es nur sehr wenige, die dazu auch wirklich stehen und sagen, ja, so wie ich heute hier bin und sage, nein, ich habe kein gutes muslimisches Leben gelebt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Ich sage bewusst müssen. Es ist aber auch dieses Druckgefühl. Also ich hatte immer diesen Druck auch verspürt, dem Ganzen gerecht zu werden, weil wenn du nicht so lebst wie nach den Ritualen, nach den fünf Säulen des Islams, dass du dann, dass am Ende abgerechnet wird und wenn Gott, wenn Allah nicht in dem Fall barmherzig ist, man spricht schon davon, dass Allah barmherzig und vergebend ist, aber es ist schon auch mit Bedingungen angekündigt. Also wenn unten rechts in der Interprechnung kein Plus steht, dann hat man schlechte Karten letzten Endes. Ja, nehmen wir immer das Beispiel mit der Waage auch. Also du kannst schon nach den Säulen des Islams leben, aber das garantiert dir dennoch nicht, dass du am Ende die Zielgerade erreichst, um ins Paradies einzudringen. Das erhöht vielleicht deine Chancen, aber du hast nie die absolute Gewissheit. Also kein Muslim kann sich hinstellen und behaupten, dass man die absolute Gewissheit hat, dass man ins Paradies eintritt. Weil es ja heißt, auch laut der Überlieferung des Korans, dass Allah, dass Gott jederzeit seine Meinung ändern könnte. Weil er ja allwissend ist und erhaben. Das war immer so ein Druckgefühl in meinem Herzen, wo ich auch nicht wusste, mit anzufangen. Das hat dir nicht gut getan. Das hat mir nicht gut getan. Das hat mir keinen Frieden gegeben. Und das hat sich geändert, als du von Jesus Christus erfahren hast? Das hat sich total verändert. Inwiefern? Das hat so in meinem Herzen ein Gefühl erzeugt, wo ich so auf einmal gemerkt habe, da ist jemand, der alles für dich gegeben hat, der dich bedingungslos liebt. Also egal, was ich geleistet habe. Genau. Dass das für ihn nicht ausschlaggebend ist. Dass für ihn einzig und allein wichtig ist, dass ich an ihn glaube und sein Werk, was er getan hat, das auch wirklich zu Herzen nehme, ihn als Erlöser anzunehmen und dass das mir auch das ewige Leben verspricht. Dass ich dafür keine besonderen Leistungen erbringen muss. Dass ich gut genug sein muss oder so, sondern dass Gott mich genauso liebt, wie ich bin. Das ist mir dann später erst so bewusst geworden eigentlich. Im Laufe der Zeit, auch im Laufe der Jahre jetzt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Das heißt nicht, um das auch mal klarzustellen, wenn du jetzt wirklich dich zu Christus bekannt hast, weil meine Vergangenheit liegt im Islam, dass ich jetzt einen Freifahrtschein dafür hätte, jetzt zu sündigen, wie ich will. Das denken so manche, aber so ist es nicht. Seit ich mich zu Christus bekehrt habe und seit ich diesen Weg gehe, bin ich noch viel gläubiger geworden, als ich früher war. Und ich sehe das darin, auch wirklich Gott in meinem Herzen nicht nur zu tragen, sondern auch nach seinem Willen zu leben. Also das ist mehr eine Folge dieser Beziehung zu Christus, als dass es ein von außen erzeugter Druck oder ein Regelwerk sozusagen ist. Also das ist eine Folge deines Glaubens letzten Endes. Das ist ein Unterschied, ob man das jetzt macht, um was zu bekommen oder ob man es aus Liebe macht. Als Antwort auf diese bedingungslose Liebe, die du gerade geschildert hast, total stark. Jetzt hast du gerade schon gesagt, deine Eltern wollten, das ist sicherlich ein total nachvollziehbarer Wunsch, dass du später ein gutes Leben auch hast. Dass du dich ordentlich verhältst und was Gutes aus deinem Leben machst. Und vielleicht denken auch manche, wenn ich das mit dem Glauben anfange, dann geht alles reibungslos. So war es ja bei dir nicht. Also es gab ja auch, nachdem du Christ geworden bist, durchaus den einen oder anderen Bruch. Wie hast du das denn übereinander bekommen? Ja, also, klar, mein Leben, meine Welt ist irgendwo zerbrochen, als der Bruch mit der Familie entstanden ist. Den gab es, ne? Den gab es. Als du Christ geworden bist, gab es Konflikte mit der Familie. Ganz genau. Der Konflikt hat sich so hochgeschaukelt, praktisch, dass alle Dämme gebrochen sind. Also, ich hatte irgendwie keinen Platz mehr im Leben meiner Familie. In dem dann so Worte gefallen sind, ja, solange du Christ bist, brauchst du keinen Fuß mehr in diese Wohnung reinzusetzen. Und, klar, ich meine, du kommst dir vor wie in einem falschen Film. Du denkst, das ist doch meine Familie, das ist doch mein Fleisch und Blut. Und, ich meine, ich liebe meine Familie, jeden Einzelnen, genauso wie er ist. Ich habe ganz viel Liebe für sie übrig. Und, ich möchte auch immer, dass es ihnen gut geht. Aber das war so dieser Bruch, der, ja, der erst mal, wo ich kämpfen musste. Ich musste mit der Situation kämpfen, dass, dass meine Familie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Dass da jetzt dieser Bruch ist. Und, ja, und dann kamen halt auch so Worte, seitens der Familie. Also, nicht nur, dass ich keinen Fuß mehr reinsetzen brauche, wenn ich nicht zur Besinnung komme, sondern, kennst du überhaupt, heisst du überhaupt noch mit Namen Serkan? Bist du immer noch, bist du immer noch Türke? Und, weißt du eigentlich, was du der Familie angetan hast? Und so. Und das waren so Sachen, auch meine Frau wurde, quasi mit, so feindlichen Worten einfach beschimpft. Und das tut weh. Das tut weh. Ja. Also, ich habe so gedacht, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber, sagt es doch nicht gegenüber einem Menschen, den ihr nicht kennt. Und sie waren immer für mich da. Und, auch wo es mir nicht so gut ging. Und, wo ich das Gefühl hatte, die Welt geht für mich irgendwie, die zerbricht drumherum. Auch die Arbeitslosigkeit, die dann zur Folge kam. Als dieser Bruch entstanden ist, habe ich eine Weiterbildung gemacht gehabt. Und, ich hatte gerade Prüfungsstress und versuchte es mal irgendwie damit umzugehen. Also, mit dem Prüfungsstress, dann mit dem Bruch mit der Familie. Also, deine Welt bricht gerade zusammen und du musst auch noch eine Prüfung ablegen. Ganz genau. Und das war für mich ein Moment, wo ich so dachte, was mache ich jetzt? Also, ich habe auch, ich bin ins Hadern gekommen. Ich bin auch mit Gott ins Hadern gekommen. Ich habe, also, ich bin auch mit meinem himmlischen Vater wirklich hart ins Gericht gegangen. Wie hast du Gott da erlebt in dieser Zeit? Ich habe schon seine Nähe gespürt, dass er, dass er mich trösten möchte. Aber ich war in so einem, ich hatte so einen Tunnelblick. Also, ich habe Gott für alles verantwortlich gemacht, was schief gelaufen ist. Warum der Zerbruch mit meiner Familie? Warum diese Arbeitslosigkeit? Womit habe ich das verdient? Bin ich so ein schlechter Mensch in deinen Augen? Dass ich durch, dass ich durch die Hölle gehen muss. So hat sich das für mich angefühlt. Aber heute kann ich wirklich sagen, dass Gott es zu meinem Besseren getan hat. Auch wenn die Menschen das vielleicht nicht, glauben wollen. Aber heute kann ich wirklich sagen, Vater, danke, dass du mein Leben so geprägt hast. Danke auch irgendwo für diesen Bruch. Weil warum sage ich das? Weil das mein ganzes Leben verändert hat. Meine Perspektive und meine Begegnung auch zu Menschen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott nicht nur mein Herz gestreichelt hat, dass er nochmal aus mir einen besseren Menschen gemacht hat. Beziehung heißt für mich, oder Glaube heißt für mich, heute in der heutigen Dasein, heutigen Blick, mit Gott eine echte Beziehung zu erleben. Wirklich. Der Sinn des Lebens besteht für mich mehr darin, nach Gottes Willen zu leben. Jesus Christus ähnlicher zu werden. Die Gaben, die Gott mir gegeben hat, auch im Alltag einzusetzen. Also nicht dieses Wohlstandsevangelium zu leben, sich zurückzulehnen und zu meinen, wenn man sonntags in die Kirche geht, hast du deine Pflicht erfüllt. Nein, sondern aus dem Herzen heraus zu dienen, barmherzig zu sein, liebevoll zu sein. Gott hat mir wunderbare Gaben gegeben, wie zum Beispiel die Evangelisation, den Menschen das Wort Gottes, seine frohe Botschaft weiterzugeben oder Barmherzigkeit zu üben. Das Gebet ist auch zum Beispiel eine Gabe, die ich habe. Und ich merke auch die Wunder in meinem Alltag, wenn ich den Menschen begegne, mit so viel Frieden in mir und ihnen von Jesus erzählen kann. Und da kommt so viel auch positives Feedback, wo Menschen es nicht glauben können, wie Gott so einen Menschen verändert haben kann. Und das sind die Wunder, die in meinem heutigen Leben stattfinden. Und ich merke einfach auch, auch diese Unterstützung, natürlich von meiner Frau, von ihrer Familie, auch von meiner Gemeinde auch zum Teil, wo so viel auch Kraft kommt, wo mobilisiert wird, wo auch gebetet wird. Und ich möchte einfach in dieser Welt ein lebendiges Zeugnis sein. Für viele Menschen, auch für viele Christen, wo ich es meinen Brüdern und Schwestern sage, dass da etwas entsteht, dass sich in der Welt etwas verändert. Niemand sollte sagen, ein einzelner Mensch kann nichts verändern. Jeder von uns kann etwas ändern. Wie ist das Leib Christi? So sehe ich das. Und das ist mein Leben heute, wo ich sage, danke Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Barmherzigkeit. Du bist da, um die Tränen der Menschen eines Tages vor allem aufzuwischen. Aber wer ist bereit, deine Tränen aufzuwischen? Lass mich derjenige sein. Ich weiß, wie viele Tränen du vergossen hast. Ich weiß, wie sehr du deine Kinder liebst. Und Jesus ist mein Leben. Ich kann sagen, er ist der Mittelpunkt meines Lebens. Beziehung war gerade, fand ich, ein ganz wichtiges Wort. Also Beziehung zu Gott haben, Liebe, eine Liebesbeziehung eigentlich zu Gott zu haben, das ist was anderes, als einen Regelkatalog abzuarbeiten und zu hoffen, dass es dann die Rechnung am Ende positiv ausfällt. Und du hast gerade auch beschrieben, wie das war, als zum Beispiel die Arbeitslosigkeit dann vor der Tür stand oder dich sehr geprägt hat, dass du auch wütend warst und diese Wut auch vor Gott gebracht hast. Was hat dieses Bringen mit Gott, wie hat dich das auch nochmal verändert? Hast du da Antworten in der Bibel vielleicht auch gefunden oder im Gebet? Wie war das in dieser Krise? Also in der Krise war ich erst mal ja, irgendwie weg vom Fenster. Ja. Also ich war so irgendwie nicht ganz bei mir irgendwie. Ich habe die Hoffnung an einem besseren Leben irgendwie verloren gehabt. Und aber dennoch hatte ich trotzdem versucht irgendwie dennoch nicht ganz den Anschluss zu Gott zu verlieren. Ja. Und in der Bibel habe ich dann auch zum Beispiel gelesen, was Jesus auch gesagt hat oder was er getan hat. Und zum Beispiel gibt es da einen Vers, in dem er gesagt hat, für sie gebe ich mein Leben hin, damit sie ganz dir gehören. Und diese Hingabe, dieses Aufupferungsvolle und diese Leidenschaft auch in seinem Dasein, und dass er trotz allen auch Widrigkeiten so für Gott auch gekämpft hat. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, auch wenn du jetzt mit diesen Enttäuschungen leben musst, glaub nicht, dass Gott für dich nicht kämpft oder für dich nichts Besseres vorbereitet hat in deinem Leben. Das kam dann irgendwo schon so in meinem Bewusstsein mehr und mehr. Und ich musste lernen, loszulassen. Ich musste lernen, auch was mein Leben anbetrifft, nicht immer die Kontrolle darüber zu behalten. Weil ich habe immer so gedacht, ich habe mit halben Herzen irgendwo auch gedient, indem ich trotzdem immer auch so die Restkontrolle behalten wollte über mein Leben. Und ich habe gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Das führt zu gar nichts. Also diese Hingabe, diese Aufopferung Jesu, die mit zu vollziehen oder nachzuvollziehen, das hat deinem Leben nochmal eine andere Wendung gegeben. Ja, richtig. Aber auch wirklich Gott sein ganzes Herz auch zu geben, mit ganzem Herzen zu dienen und auch alles loszulassen. Und auch diese Enttäuschungen aus meiner Vergangenheit, aus meinem Leben, sei es die Arbeitslosigkeit, sei es der Bruch mit meiner Familie, all das loszulassen, all die Sorgen an Jesus zu übergeben und ihn machen zu lassen, ihn wirken zu lassen, auch in meinem Leben, in meinem Herzen. Und das war eigentlich so auch der Schlüssel letztlich, was mein ganzes Bewusstsein, meine ganze Perspektive alles verändert hat. Dass ich auch heute mit Enttäuschungen ganz anders umgehe. Also eine andere Haltung auch kultiviert. Du hast vor unserem Gespräch eine Episode erzählt von deinem Arbeitsleben, wo du auch Christus bezeugen konntest. Genau. Also mir ist es wirklich sehr wichtig, Daniel, muss ich wirklich sagen, Jesus auch in dieser Welt zu verherrlichen. Selbst wenn es nur ein kleiner Ortsteil ist, wirklich ein Gehör auch zu bekommen, den Menschen von Jesus zu erzählen. weil wenn ich schon die Gabe auch habe des Evangelisierens, dann möchte ich die auch sinnstiftend auch gebrauchen. Genau an den Orten vor allem, wo ich das Gefühl habe, dass da auch Dunkelheit und Finsternis herrscht. Wo Menschen beziehungsweise nichts von Gott wissen wollen oder ein falsches Gottesbild haben. Und da ein Licht zu sein, nicht um zu bekehren oder irgendjemanden zu belehren, was mein Glauben anbetrifft, sondern es mit den Menschen zu teilen. Und das Zeugnis zu sein. Das ist ein Unterschied. Also nicht belehren, nicht bekehren, sondern wirklich das Licht in die Welt zu bringen. Das ist ein Unterschied. Und genau das war so mein Gedanke. Und das habe ich in meinem Alltag wirklich auch so praktiziert. Gerade im Dienstleistungsbereich, wo ich gearbeitet habe, bin ich Menschen begegnet auf der Straße, mit denen ich auch relativ schnell ins Gespräch kam und angefangen habe, von der Lehre Jesu auch zu erzählen. Also ich bin jetzt kein Bibellehrer oder so, aber das, was Gott mir in mein Herz gelegt hat, das auch weiterzugeben, die Menschen zu berühren, vor allem mit meinem Lebenszeugnis, was ich erlebt habe und welches Wunder Gott auch an mir vollbracht hat. Und das hat so, ja, einfach meine Perspektive verändert und wo ich auch gemerkt habe, dass es die Menschen auch berührt, wenn ich ihnen von Gottes Barmherzigkeit und von seiner Liebe erzähle. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Menschen gehen sonntags in die Kirche, aber verlassen dann wieder den Gottesdienst auf die gleiche Art und Weise, wie sie gekommen sind. Meine Mission, meinen Auftrag von Gott sehe ich darin und dieses Gefühl habe ich sehr stark in mir, den Menschen wirklich Gottesliebe zu ihnen zu bringen. Und ihr Leben damit auch zu verändern. Zu verändern. Dass es andere Menschen werden oder dass sich die Haltung ändert. man merkt das auch gerade bei dir, wie das Funkeln in deine Augen kommt, dass du wirklich ein Herz dafür hast. Ich habe ein Feuer in mir, ich brenne für Jesus Christus, zu dem ich sage, er ist mein Bruder, er ist mein Gott, er ist mein Leben. Und Jesus, lass uns gemeinsam durchs Leben gehen. Und lass uns auch wirklich zu den Menschen gehen und ihnen das Evangelium weitergeben. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Du musst nochmal wiederkommen, da gibt es so viel noch zu erzählen und ich merke, dass dein Herz auch für die Evangelisation brennt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen für deinen weiteren Leben. Danke fürs Interview, Daniel. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt BibelTV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Sendung 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 Untertitelung des ZDF, 2020